Prinzeps zuerstnehmend. In der Reihenfolge der Erste ist allgemein erster Bürger oder erster untergleichen in der Gesellschaft der römischen Antike. Es war der offizielle Titel der römischen Kaiser während der Zeit des Prinzipats. 3. Etymologie. Etymologisch geht das Wort auf die Wurzel pro, die im indogermanischen Sprachgebrauch eher in einem räumlichen Verhältnis angesiedelt ist und oftmals für die Bildung der Ordnungszahl Primus der Erste verwendet wurde. Dieses Primus wurde mit der Wurzelsternchen Cap Capio, nehmen, wahrscheinlicher jedoch kaputt, haupt, verbunden. Der Prinzeps war demnach die Standesdefinition einer Person innerhalb der Gesellschaft und somit der angesehenste oder wichtigste innerhalb einer Gruppe von Menschen oder Anzahl an Gegenständen. Mit der Bezeichnung Prinzeps wurde eine leitende Stellung oder ein hoher Rang in Verbindung gebracht. Dabei ist die Bedeutung jenen Worten recht ähnlich, welche die vornehmsten und einflussreichsten Personen innerhalb eines Staates bezeichnen. Primus sind jene, die diesen Stand entweder durch Geburt, Ansehen oder Vermögen erworben haben. Prinzipus sind jene, die diesen Stand durch ihre geistige Fähigkeit oder ihr Talent erworben oder sich durch besondere Tätigkeit unter den Primoribus hervorgetan haben. Prozeres bezeichnet den natürlichen Adelstand gegenüber dem gemeinen Volk. Prinzeps bezeichnet zudem den römischen Kaiser als Inhaber der höchsten Zivilgewalt im Gegensatz zu Imperator sowie den ersten, der etwas tut oder dessen Beispiel andere folgen. Verwendung Während der römischen Republik konnten die Schriftsteller herausragende Männer aller Völker und Länder als Prinzeps bezeichnen und es gab innerhalb Roms meist mehrere Prinzipes zur gleichen Zeit. Voraussetzung für die Aufnahme unter die Prinzipes waren Leistungen für den Staat und Zugehörigkeit zur Nobilität. Man erwartete Tapferkeit sowie Kenntnis der Gesetze, Einrichtungen und althergebrachten Traditionen. In der römischen Kaiserzeit wurde der Begriff auf den Kaiser weiterhin auf andere Römer besonderen Rangs, dann meist mit einem Zusatz wie Prinzeps civetes und auf Nicht-Römer angewandt. Als Prinzeps ohne weiteren Zusatz wurde jedoch allein der Kaiser angesprochen. Als Prinzeps ist der Kaiser zugleich Prinzeps Senatus der Erste im Senat, der im römischen Senat als Primus inter pares fungierte und während einer Senatstagung als Erster seine Stimme abgab. Zur Designation eines potenziellen Nachfolgers des Kaisers verwendete man den Titel Prinzeps Juvenctis, ein Begriff, der bereits während der Republik für die Adelsreiter und für führende junge Männer nicht römischer Gemeinwesen benutzt wurde. Ab der Kaiserzeit nur den kaiserlichen Prinzen zu kam. Ab etwa dem Mittelalter wird unter dem lateinischen Begriff Prinzeps im deutschen Sprachgebrauch der Adelstitel eines Fürsten mit dem Anspruch auf, die Anrede durchlaucht oder erlaucht, verstanden. Die deutsche Bezeichnung Fürst ist wiederum sprachlich mit dem englischen Wort The First, also der Erste, verwandt.